Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge, die Hire Lower Game. Heute mit ein bisschen extra Spice, falls ich verkacke, muss ich mich anmalen im Gesicht. Vielleicht ein Pimmel, vielleicht ein Kreis, vielleicht zwei Pimmel, mal gucken. Und am Ende werden wir dann sehen, wie viel ich gewusst habe. So, let's go, alla. Aha, problemlos. Lower. So, erstmal kein Schnitt im Gesicht. Nitro ist Mehrwert. Äh, Charter. Ist auch wieder ein Skin, den man noch nie gesehen hat, aber wahrscheinlich Lower. Einfach zu einfach. StatTrak, Fertion Knife, Ultraviolet, Higher. Leute, ich bin schon bei vier. Absolut. Easy peasy lemon. Oh no, ist das das Kackding? Werde bestimmt weniger? Ich werde schon ein bisschen in die Mumble Rap Community Richtung gehen und mir hier erstmal ein Kreuz hinmachen. Sieht man das? Und auf ein neues. So. Die ist doch gar nicht... Na, total krasser neun. Endlich. Lower. Higher. Lower. Lower. Higher. Leute, wir sind schon bei fünf. Lower. Holo. Trotzdem scheiße. Lower. Ja, Mann. Sieben. Heute. Ich will auf zehn kommen, bitte. Die Brother ist... Lower. Die Palze ist mehr wert. Und Lower. Was? Was? Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist die der 6,15 Euro wert? Bei neun. Bei neun. Neun ist ziemlich insane. So, pass auf. Lower. Ich habe vielleicht nicht genau geguckt, was es ist. Da ich schon viele Leute ermordet habe in Minecraft, mache ich hier so eine Träne hin. So, 2014. Keine Ahnung. Ist der jetzt sau viel wert, weil er von 2014 ist? Ich sage ja. Oh mein Gott, ja zum Glück. So, dass 2016 viel weniger wert ist. Obwohl Holo. Trotzdem. Leipzig. Äh, ja. Lower, ne? Haja. War die nicht vorhin drin? Die ist mehr, gell? Verdammt. Nochmal. Ist das ein Herz übrigens. Ich mache das alles frei, Hand. Falsch rum, oben Kopf, ohne hinzugucken. Okay. Lächerlich. Also, wer sowas falsch macht. Lächerlich. Glitter. Scheiß, wie ist das? Kannst du das Hase gäbe? Mehr. Locker. Ja. Die ist gar nicht so wenig wert. Ein paar Ois, glaube ich, äh, 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 bap. Ja. Ja, die ist scheiße, die High Seas. Manchmal dauert es kurz länger und ich denke, fuck, habe ich jetzt doch falsch gewählt oder was? Haja. Nie im Leben so viel wert wie das andere Ding. Nie im Leben so viel. Noch eins, bitte. Oh mein Gott, was ist das hier schon wieder für ein Scheiß? Bitte mehr. Ja. Zehn. Nackte Friseur. Mehr? Lower. Ich habe einen Lauf. Mehr. Locker mehr. Ach Gott, mehr. Nie im Leben. Tausend. Ja. Fünfzehn. Wenn jemand von euch mehr als 15 hat, ist es eine Lüge. Sie sind scheiße. Oh mein Gott. Aber eigentlich, also komm. 2,45 Euro, 1,11 Euro. Ist das gleiche eigentlich. Mass. Ich brauche mir jetzt hier so einen Ball hin und vielleicht wird er weitergemalt. Dann gleich. Na komm. Also 15 bis jetzt All-Time-High. Super duper. Weniger. Deine Mutter. Weniger. Mhm. Kerrygold. Ja klar, mehr. Ja, sicher. Ja, mehr. Äh, weniger. Mehr. Weniger. Oh. Oh, das war ganz schön knapp, glaube ich, ne? Weil das andere nicht gerade ist, aber mehr 500. Schieb. Mehr. Hoppala. Lower. Äh, mehr. Das ist wieder so ein Abfuck. Weniger, sage ich. Mehr. Leute, 12. Es rennt. Weniger. Ich wollte gerade sagen, weh, du bist gut 24 Euro. Ist auch nicht schlecht. Oh, von Schröth-Kommando. 2017. Mehr. Bitte. Ich werde das nie im Leben hinkriegen. Ich muss mal kurz mein Handy dazu nehmen, oder mal? Sonst sehe ich das Ei nicht. Ja, ich sehe echt fresh aus. Holy shit. So, pass auf. Ja. Das ist so ein dünner, abgeknickter. Okay, komm. Jetzt mal ohne Witz. Hey, die sind doch gleich viel wert. Das ist doch auch maximal 3 Cent. Es geht aber nicht weniger, also mehr. Yeah, man. Bestimmt noch mehr. Warum nur Scheiß-Sticker? Mehr, bitte. Ja. Sehr gut. Infrastruktur am Arsch. Ich habe letztens so einen verschenkt, und der war, glaube ich, auch bei knapp einem Euro mehr. Hm. Hm. Bestimmt mehr. Sag mal. Sag mal. Wegen 10 Penning. Mal sehen wir hier so einen Pimmel hin, Mann. Recht. Leute, also wenn das nicht der schönste ist. Weniger. Weniger. Mehr. Ich glaube, weniger. Mehr. Mehr. Alarm. Hör mich. Hät überall die Neuen von Nine-Gag drauf, okay? Mir ist noch was aufgefallen, pass auf. Die haben mich auch auf dem Hals voll auf Sachen stehen. No regerts. Weißt du? Weiß nicht genau, was ich da gemalt habe, aber... Glück's fucking toll. Aufkommen. Was ist das jetzt für eine Kacke? Weniger? Sehr schön. Äh, weniger. Mehr. Mehr. Weniger. Mal klar. Mehr. Hoffentlich mehr. Feig. Oh. Ich mach hier noch von meiner krassen Hairline sowas. Einmal. Nochmal hoch auf die 15. Mehr. Nicht so viel. Ach gut. Mehr. Weniger. Mehr. Weniger. Mehr. Weniger. Leute, Leute. Wow. Absolut einfach. Weiß nicht, geht's hier auf Lower. 4.000 Dollar und Euro zusammen. Mehr, bitte. Ach gut. Was ist das schon wieder für ein Scheiß? Ich hab keine... Bitte mehr. Sei bitte einfach mehr. Mh, 15. Sanchez drunter. Geil, Mann. Oh mein Gott, Barock Red. Bitte sei ganz wenig wert. Leck mich. Leck mich. Naja, man soll's. Wisst ihr was? Wir hauen noch ein Gifo hier raus. Aufkommen. Kann man schon mal machen. Was gibt's für euch in der Gräben 4.1? Das ist Emphorosaurus. Und um hier mitmachen zu können, schreibt man einfach folgendes in seinen Kommentar mit hinzu. Und zwar seid ihr eigentlich diese Woche beim Glove-Gifway mit dabei. Diese Woche geht's an mir auf Twitch, diese Hightower Gloves Case Harnet zu gewinnen, gespendet von MK. Vielen lieben Dank dafür. Kuss aller. Wenn man da mitmachen möchte, einfach in den Stream kommt, dort ist alles erklärt. Oder man schaut ins hier verlinkte Video rein. Das geht natürlich auch. Da ist es auch nochmal erklärt. Also um diese M4 zu gewinnen, schreibt man einfach in seinen Kommentar rein, ob man auch beim Glove-Gifway mit dabei ist. Und natürlich lösen wir noch geschwind ein Give-Way auf. Und zwar gab es vor kurzem einen Max-Seven-Monster-Call für euch. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Zack, Kommentare her. 24. Vielen lieben Dank dafür. Und man musste in seinen Kommentaren zufügen, ob man die Diegel gerne spielt oder nicht. Mit einer Diegel treffe ich überhaupt nichts. Ich bin's. Tim. Du hast so mit dem Monster-Call gewonnen. Schreib mir bitte hier in deine Kanal-Info noch deinen Trade-Link rein und melde dich hier unter diesem Video, das du mitbekommen hast, das du gewonnen hast. Ja. Und das rasselt auch schon wieder. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare. Ich hoffe, euch gefallen diese, ich sag mal, besonderen Content-Geschichten weiterhin. Also Rangle, Spotguesser und eben auch dieses Higher-Lower. Ich habe jetzt demnächst noch was Viertes, das mir der Drunken empfohlen hat. Das schaue ich mir dann auch wahrscheinlich morgen schon an. Ja, haut's in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr wird auf Quitsch reingestreamt. Bis dann, later!